Den Pulssensor der Samsung Gear Icon X verwenden. Beide Ohrhörer Ihrer Samsung Gear Icon X verfügen über einen integrierten Pulssensor, der sich direkt unterhalb des Stabilisierungsbügels befindet. Um Ihren Puls zu messen, müssen Sie Ihre Samsung Gear Icon X zuerst in Samsungs App S-Health unter Zubehör registrieren. Ist dies geschehen, können Sie Ihre Pulsdaten aufnehmen. Benutzen Sie nun eines der Touchpads, um ein Training zu starten. Sobald Sie Ihr Training abgeschlossen haben, können Sie die Pulsdaten mit S-Health synchronisieren. Wischen Sie hierfür mit dem Finger von oben nach unten über die Startseite der S-Health App. Nach der Synchronisierung wird die aktuellste Pulsmessung im Pulswidget angezeigt. Wenn Sie die Puls-App aufrufen, können Sie sich Ihre Pulsdaten im Detail ansehen. Entweder im zeitlichen Verlauf oder für eine absolvierte Trainingseinheit.